Ahoi liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja wir machen wieder, schau mal rein, eine Fahrzeugvorstellung und diesmal sind wir bei J.D.Line und gleich am Anfang sagen wir euch, alter Falter, Zuladung. Über 700 Kilo, sehr selten gesehen so. Genau also absolut kein Problem und in den Detail gehen wir wann? Nach dem Intro. Hier stehen wir vor dem 60 FT von J.D.Line auf dem Ford Transit. Da gucken wir auch gleich mal rein, denn wer hier so viel Zuladung verspricht, dafür wird doch das Fahrzeug erst mal richtig interessant. Finde ich persönlich eine gute Sache. 700 Kilo, wüsst gar nicht wie ich die vollkriegen sollte. Ja, wir schauen uns mal vorne sozusagen an und zwar haben wir hier vorne die Möglichkeiten, Ablagemöglichkeiten zu haben. Dann haben wir hier zu dieser Seite, da steht auch so ein Push sozusagen, die Möglichkeit, überhalb der DINET, dementsprechend die Fächer dort zu nutzen. Genau, die Fächer über der DINET und dann haben wir dementsprechend hier unten die DINET. Wir können den Beifahrer natürlich hier gut anbinden, wieder mit einem Auszug. Auch hier ist natürlich Einhandbedienung immer ein bisschen schwierig, aber das geht natürlich auch. Dann gibt es ein Fach unterhalb der DINET. Das ist natürlich kein Fach, aber ihr habt hier die ganzen Systeme, die dann dementsprechend die Steuerung des Fahrzeuges übernehmen, also die müssen ja auch irgendwo hin. Hier drunter verbirgt sich noch die Heizung und zwar ist es in diesem Fall eine Dieselheizung sogar schon direkt verbaut. Das heißt, wir haben hier eine Dieselheizung, 4 kW, glaube ich, war es. Müsste ich nochmal nachgucken, wenn dann. Aber auf jeden Fall gleich mit Dieselheizung. Ja, dann der TETFORD Kühlschrank. Wir haben ein 6,1 Liter Gefrierfach und ein Volumen für diesen Kühlschrank von 84 Litern. Also es ist auch schon eine ganze Menge. Hier geht die Steuerung hin bzw. die Steuerung vom TETFORD und natürlich auch die Abwärme. Die muss natürlich auch rausgegeben werden, ist ja klar. Dann haben wir hier das Kochfeld sowie auch das Waschbecken. Vorne schon mal Schalter und auch eine Steckdose. Hier haben wir auch die 12 Volt Dose. Die ist dann auch gleich im Prinzip da vorne. Dann kommen wir zu den Schubladen. Das Ganze ist hier alles mit Softgloss und es ist auch so ein Hochglanz-Lackierung. Jetzt haben wir ganz unten auch noch eine. Die ist auch sehr, sehr groß und sehr tief. Hier ist es übrigens schon gleich ausgestattet irgendwie mit so Noppen. Ich finde, das ist sehr anti-rutschhemmend. Also das heißt, ich würde meine Klamotten glaube ich direkt rein legen können. Gibt es auch nicht so oft. Ein Brett haben wir noch zur Abtrennung der hinteren Ladefläche. Dann kommen wir in den Duschbereich. Jetzt müsste ich noch mal einen Lichtschalter suchen, den ich noch ehrlich gesagt nicht gefunden habe hier. Aber ihr seht, es ist ein Schwenkbad. Ja, die Ablagemöglichkeiten zu dieser Seite. Das ist hier alles Fächer. Da kann man die Zahnputzsachen und so weiter gut hinpacken. Ansonsten gibt es natürlich hier noch eine Lamellentür, die man da dementsprechend zu machen kann zum Bad hin. Ehrlich gesagt ist sie etwas schwergängig, muss ich zugeben. Ja, aber sie funktioniert auf jeden Fall. Und ja, nach unten die Duschtasse sozusagen. Ich kann noch mal das Schwenkbad noch mal rüber schwenken. Dann habt ihr noch mal den anderen Blick. Ach, da dürfte Licht sein, was natürlich leider nicht funktioniert. Ah, jetzt. Gucken wir mal. Jawoll, wir haben einen Spot gefunden. Sehr schön. Ja, auch wir entdecken das Fahrzeug immer direkt mit euch. Von daher wissen wir natürlich auch nicht immer, wo was ist. Gut, schauen wir mal den Heckbereich. Hier haben wir einen Kleiderschrank. Der ist für eine Jackengröße geeignet. Allerdings natürlich nicht für mehr. Das muss man dazu sagen. Aber gut, die Frage ist, braucht man das hinten. Ja, da oben ein riesen Fach. Auch hier gibt es diese Spots scheinbar. Also, wir soll euch ja nicht vorenthalten. Also, yo. Zur linken Seite auch ein schön großes Fach. Die Lampen hier, das sind so Leseleuchten, die habt ihr dann immer auf der Seite gleich mit USB-C. Also, das finde ich auch gut gemacht. Und überhalb der Küche habt ihr noch mal zwei Fächer, die in einer Klappe zusammengepassen. Da gucken wir noch mal nach hinten. So, schauen wir uns noch mal den Heckbereich an. Wir habt gesehen, in den beiden Fenstern, also in den beiden Klappen gibt es dann dementsprechend, ja, zwei Fenster. Ansonsten einen ordentlich langen Staumöglichkeit. Dort hinten würde noch der Feuerlöscher hinpassen. Das ist auch normalerweise ein Feuerlöscher, denn das ist die Halterung dafür. Zur rechten Seite haben wir noch tiefe Fächer und vielleicht, weiß ich nicht, Stromkabel oder was auch immer, Wasserschläuche, was man alles so braucht, vielleicht hinzupacken. Man könnte natürlich das auch erweitern mit dementsprechend, ja, Kisten. Hier haben wir eine Möglichkeit, eine Gasflasche unterzubringen. Das brauchen wir ja auch nicht mehr, denn wir haben ja hier die Dieselheizung. Und das ist auch von hinten ranzunehmen. Ansonsten kann man das Bett natürlich noch hochklappen. Das seht ihr hier. Das kann man dann oben fixieren. Und dann zeige ich euch auch noch dort in der Ecke und dann kann man dementsprechend auch mal was anderes transportieren. Ah ja. Und was auch noch auffällt, die Taschen hier zur Seite, zur rechten, als auch zur linken Seite. Der Preis ist bestimmt heiß. In diesem Sinne nicht so schlimm, wie man sich das denkt. Keine 60.000 Euro. Oh, das finde ich okay. Knapp darunter, so ungefähr knappe 300 Euro. Ja gut, aber für 60.000 finde ich das in Ordnung. Ihr habt hier die 177 PS Maschine. War das so? Oder 170 PS Maschine? Ist auf jeden Fall die größere. Ja, es ist ein Handschalter. Das muss man dazu sagen. Aber trotzdem ein bisschen Motorisierung ist drin. Das auf jeden Fall. Und halt wirklich die knapp 700 Kilo Zuladung. Das ist eine Hausmarke. Das muss man erstmal hinkriegen. Und das halt im Kastenwagenbereich. Genau. Denn ihr habt ja normalerweise die Blechkarosserie, die sowieso schon viel wiegt. Und ja, klar ist das hier auch so. Aber der Möbelausbau ist sehr, sehr leicht. Ja, das soll es damit schon gewesen sein. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Und dann würden wir sagen, bleibt uns gewohnt. Bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.